Herzlich willkommen beim nächsten Video in Modul Programmierung 2. In diesem Video sprechen wir über Initialisierungsblöcke, die uns ermöglichen, Klassen und Objekte noch auf eine andere Art zu initialisieren. Bisher mussten wir statische und finale Attribute direkt bei der Deklaration initialisieren, wie man das in diesem Beispiel sieht. Komplexere Konstrukte, zum Beispiel Schleifen, nehmen wir mal an, wir wollen über die Schleife einen Wert berechnen und den in einer statischen, finalen Variable speichern, das konnten wir bis jetzt nicht machen, weil die in der Initialisierung in dieser einen Zeile nicht angewendet werden konnten. Und die Lösung dafür sind statische Blöcke. Diese statischen Blöcke stehen in der Klassendefinition und besitzen folgende Syntax. Wir haben also das Schlüsselwort static und danach folgt ein Initialisierungscode, in dem ich dann verschiedene statische Variablen setzen darf. Und dieser statische Block wird ausgeführt, wenn die Klasse geladen wird, also nur ein einziges Mal. Dabei darf ich auf Klassen, Attribute und Methoden zugreifen. Eine Instanz existiert zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, in irgendeiner Form auf Objektattribute oder Methoden zuzugreifen. Gibt es mehrere statische Blöcke, was definitiv unüblich wäre, würden diese von oben nach unten ausgeführt. Schauen wir uns mal dieses Beispiel an. Wir haben hier die Klasse static initializer. Die hat zwei statische finale Long-Attribute. Unten eine statische Methode, um Fibonacci zu berechnen. Und jetzt wollen wir beispielsweise diese beiden Attribute Random Seed und Another Value entsprechend initialisieren. Und das können wir in diesem statischen Block tun. Als Random Seed benutzen wir dann diese Compute-Fibonacci-Funktion. Die darf man in einem statischen Kontext aufrufen. Vorausgesetzt ist es eine statische Methode. Dann erfolgt hier noch eine Berechnung einer Summe und dann wird noch ein anderer Wert gesetzt. Also was man hier sieht, ist so ein statischer Block, der beim Laden der Klasse entsprechend ausgeführt wird. Und in diesem statischen Block darf ich auf statische Attribute zugreifen und auf statische Methoden. Und dann gibt es noch eine andere, eher sehr selten benutzte, sehr selten benutzte Konstrukt. Und das sind die Exemplar-Initialisierungsblöcke. Ich kann also analog zu statischen Blöcke auch Blöcke zur Initialisierung von Objekten einfügen. Und die Syntax sieht eben so aus, dass es einfach ein Initialisierungscode in der Klassenkonstruktion hat. Das heißt ohne ein Static. Und das wird bei der Erzeugung der Klasse, also bei der Erzeugung eines Objekts aus der Klasse, vor der Ausführung von Konstruktionen ausgeführt, aber nach den statischen Initialisierungsblöcken. Also die statischen Initialisierungsblöcke werden ausgeführt, wenn die Klasse geladen wird, die Exemplar-Initialisierungsblöcke noch vor dem Konstruktor. Und da darf ich auf alle Attribute und Methoden auch zugreifen. Also auch auf Objektattribute und Objektmethoden. Man muss aber sagen, das ist ein seltenes Konstrukt. Das wird so gut wie nie eingesetzt, denn für die Initialisierung von Objekten haben wir Konstruktoren. Und diese Exemplar-Initialisierungsblöcke werden noch vor den Konstruktoren ausgeführt. Aber es gibt eigentlich nie die Situation, dass man nicht auch direkt mit dem Konstruktor arbeiten könnte. Also hier nochmal ein Beispiel. Wir haben die Klasse ObjectInitializer und da oben steht jetzt ein Initialisierungsblock. Und der wird definitiv vor dem Konstruktor ausgeführt. Das heißt, wir sehen unten in dem regulären Konstruktor wird mit Value gearbeitet. Und das ist hier auch möglich, da vorher dieser Exemplar-Initialisierungsblock entsprechend ausgeführt wird. Aber wie gesagt, das sieht man auch an diesem Beispiel. Diese Objekt-Initialisierungsblöcke ergeben eigentlich in der Praxis keinen Sinn. Und diese ganze Logik gehört auch eher in einen Konstruktor. Dann ganz kurz noch eine Übung dazu. Hier haben wir ein Programm, das arbeitet mit einem Exemplar-Initialisierungsblock, einem statischen Initialisierungsblock und einem Konstruktor. Und die Frage an Sie ist jetzt, was wird jetzt eigentlich ausgegeben, wenn man dieses Programm ausführt? Also nehmen Sie sich mal kurz 5 Minuten Zeit und finden Sie eine Antwort auf diese Übung. Stoppen Sie das Video und in wenigen Videosekunden gibt es dann die Antwort. Okay, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Hier sehen wir den Code in IntelliJ und ich füge jetzt mal verschiedene Haltepunkte ein an verschiedenen Stellen und füge das Ganze für das Ganze im Debugger aus. Das heißt, wir landen jetzt zunächst einmal in dem statischen Initialisierungsblock. Denn sobald ich eine Klasse irgendwo erwähne oder verwende, wie hier in dem Hauptprogramm, beziehungsweise wenn das Hauptprogramm, das wird ja in dieser Klasse ausgeführt, also muss zunächst einmal die Klasse geladen werden. Das heißt, Initializing Class ist definitiv das Erste, was ausgeführt wird, und zwar noch bevor das Hauptprogramm gestartet wird. Dann sind wir hier im Hauptprogramm und legen eine neue Instanz von Initializer Block Order Test an. Wie ich schon sagte, werden Exemplar-Initialisierungsblöcke vor den Konstruktoren ausgeführt. Das heißt, wir landen zunächst einmal da oben und anschließend im Konstruktor. Und das ist beim zweiten Aufruf genauso. Erst der Exemplar-Initialisierungsblock und dann der Konstruktor und die entsprechende Ausgabe auf der Konsole reflektiert das auch genau. Dieser statische Initialisierungsblock wird aber nur ein einziges Mal ausgeführt, nämlich dann, wenn die Klasse geladen wird. Ansonsten nicht erneut. Auch bei Konstruktor-Aufrufen, bei der Objekterzeugung wird dieser statische Block nicht erneut ausgeführt. Und dann ganz zum Schluss nochmal ein kleiner Exkurs, nämlich zur Instanzierung anonymer Klassen. Ich hatte es ja mal erwähnt, in anonymen Klassen kann ich keine Konstruktoren definieren. Ja, weil da muss ich die Konstruktoren der entsprechenden Oberklasse benutzen. Jetzt ist die Frage, wie kann ich denn trotzdem Attribute initialisieren in einer anonymen Klasse? Also denken Sie mal kurz darüber nach und in wenigen Videosekunden gibt es dann entsprechend die Antwort. Okay, also die Antwort lautet über Exemplar-Initialisierungsblöcke. Das ist eine der ganz wenigen Anwendungen, wo man die einsetzt, nämlich wenn man sagt, man hat eine anonyme Klasse, möchte aber so eine Art Konstruktor da hinzufügen. Und da gibt es ein Beispiel, zum Beispiel diese Klasse Point im Paket Java-AWT ist eine Klasse zur Speichern ganzzahliger 2D-Koordinaten. Und die Werte sind dann in Attributen x und y gespeichert. Und jetzt haben wir hier mal eine anonyme Klasse, die so einen Punkt anlegt und Zufallswerte im Exemplar-Initialisierungsblock entsprechend setzt. Und das wäre jetzt so ein Beispiel, wo man das entsprechend verwenden kann. Das heißt, die Klasse wird angelegt und x und y werden hier auf zufällige Werte gesetzt. Wir sehen halt, wir haben zwei geschweifte Klammern. Die erste geschweifte Klammer nach dem Konstruktor wird geöffnet, um diese anonyme Klasse anzulegen und das Objekt zu instanziieren. Und da drin gibt es dann den Exemplar-Initialisierungsblock, der dann die Werte setzt. Ist aber zugegeben auch eher ein seltener Fall, dass man das mal benötigt. Hier gibt es eher die Lösung, dann einen anderen Konstruktoraufruf zu verwenden. Aber genau. Also wenn man in anonymen Klassen noch Initialisierungscode einfügen möchte, dann geht das über so einen Exemplar-Initialisierungsblock. Und das war das Video zu den Initialisierungsblöcken.